In meinem sehr langen Video vom gestrigen Freitag, wo ich euch das Insight Star Citizen übersetzt habe, im Rahmen des Käffchens über Community-Meinungen gesprochen habe, da hat gestern ganz überraschend Chris Roberts auf Spektrum sich geäußert zum Raumsystem und auch das habe ich dann ja noch ganz schnell hinten dran gehängt. Und das Interessante ist, es gab auf die Antwort des Threat-Eröffners Camural eine Antwort auf den sehr umfangreichen Eintrag von Chris und das hat dazu geführt, dass Chris sich mal richtig seinen Frust von der Seele geschrieben hat und das ist super wichtig und deswegen schiebe ich jetzt hier noch Käffchen Teil 2 hinterher. Camural hat geantwortet, Chris. Achso, ich muss dazu sagen, Camural scheint ein sehr alteingesessener User zu sein, der hat über 2000 Einträge im Spektrum gepostet, hat als Unterstützungsgrad Winkommande angegeben, hat also über 10.000 Dollar gespendet und offensichtlich ist der Chris Roberts auch bekannt. Also, Camural schreibt Chris. Es ist wie immer. Ich wollte nicht mal antworten, aber jetzt geht es los. Wir arbeiten dran. Wir wissen, wie frustrierend es sich anfühlt. Wir haben das bereits im Spiel, aber Technologie X fehlt. Chris fährt fort, detailliert zu beschreiben, wie das System eines schönen Tages funktionieren soll. Ich möchte nicht einmal so viele Details im Schadensmodell. Ich bin völlig zufrieden mit dem Schadensmodell oder dem Raumsystem, das auf den ersten Blick gut aussieht. In acht Jahren hat CRG nicht einmal das erreicht. Viele grundlegende Mechaniken fehlen immer noch und was wir haben, ist bestenfalls amateurhaft. Was du, Chris, in deinem Kommentar beschreibst, würde mindestens noch weitere 10 bis 20 Jahre dauern. Das ist das Problem. Die Grundlagen zu ignorieren, amateurhafte Mechanikplatzhalter zu verwenden, darüber zu reden, wie großartig das Spiel sein wird, aber man wird nie so viele Details liefern können, die wir nicht brauchen, wenn man nicht mal viermal so viele Leute hat. Ich werde sicherlich in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren noch einmal hier reinschauen, aber ich bin mir sicher, dass wir die gleichen Ausreden nochmal hören werden. So, und dieser Eintrag, den scheint Chris so emotional getroffen zu haben, dass er nochmal einen sehr langen Eintrag hinterher geschoben hat und ich finde den äußerst wichtig und deswegen hier jetzt wieder meine Detailübersetzung. Er schreibt, Das ist ein Zitat aus dem Originalbeitrag von dem Cam Ural. Chris schreibt weiter Ich habe Informationen darüber gegeben, wo wir sind und warum du etwas nicht siehst, von dem du dachtest, dass es im Spiel sein sollte. Ein Teil meiner Motivation für diese Antwort ist, dass ich häufig sehe, dass Leute Dinge annehmen, die nicht wahr sind, wie zum Beispiel, dass das Raumsystem nicht im Spiel ist, weil ein Aspekt des Systems nicht das Verhalten hat, von dem sie glauben, dass es das sollte. Ich wollte zusätzlichen Kontext und Informationen geben, damit du und andere, die diesen Thread lesen, ein besseres Verständnis davon bekommen, was im Spiel ist, was nicht im Spiel ist und warum es nicht im Spiel ist und was noch zu tun ist. Wir sind unglaublich leidenschaftlich bemüht, Star Citizen zum fesselndsten Massively Multiplayer First Person Universum Sandbox Game zu machen und jeder arbeitet sehr hart daran, dies zu erreichen. Wenn wir härter, schneller und besser liefern könnten, würden wir es tun. Wir sind genauso frustriert über die Zeit, die die Dinge dauern. Wir arbeiten im Sinne der Bottom-up-Einschätzung, indem das Team, das die Funktion implementiert, diese aufschlüsselt und seine Schätzungen darüber abgibt, wie lange sie dafür brauchen werden. Das Management diktiert also keine Zeitvorgaben. Wir setzen einfach nur die Prioritäten für die Teams, da es immer viel mehr Dinge gleichzeitig zu tun gibt, als wir Leute haben, die diese Dinge erledigen können. Wir überprüfen und versuchen ständig, unsere agilen Entwicklungsprozesse und unsere Einschätzungen der Sprints zu verbessern. Wenn die Code-, Feature- und Content-Basis wächst, wird mehr Wartung und Support für die bestehenden Features und Inhalte benötigt, was die Zeit, die ein Team für die Entwicklung neuer Features hat, reduzieren kann, in Anspruch nehmen kann. Das bedeutet, dass man immer den Aspekt der Bedienqualität des Spiels abwägen muss gegenüber der Bereitstellung neuer Features und Inhalte. Im Rahmen der Spielentwicklung. Der gleiche Druck und die gleiche Anziehungskraft besteht in der Community, da es einen starken Wunsch nach einem ausgefeilten, fehlerfreien Gameplay gibt, aber auch nach neuen Funktionen und Inhalten. Oft von den gleichen Leuten. Dinge wie Salvaging wurden nicht aus einer Laune heraus verschoben, sondern weil wir der Meinung waren, dass es in Bezug auf die Priorität verfrüht wäre, an Salvaging zu arbeiten, bevor das iCache und das physische Schadenssystem im Spiel implementiert sind, da dies die Spielmechanik ist, mit der wir den Schiffszustand verwalten und mit Schäden und Wrackteilen umgehen. Als uns also eine vorrangige Aufforderung zur Ressourcenzuweisung vorgelegt wurde, haben wir die Priorität auf Salvage gelegt, um die Infrastruktur so aufzubauen, dass sie wirklich stimmig ist und nicht auf die Arbeit an einem System, das wir überarbeiten müssen, sobald das iCache und das neue Schadenssystem in Betrieb genommen wurden. Wir haben auch beschlossen, mehr Zeit in die Benutzerfreundlichkeit, Leistung und Stabilität von Star Citizen zu investieren, da es jeden Tag von zehntausenden Menschen aktiv gespielt wird. An normalen Tagen spielen im Durchschnitt über 30.000 Leute. Und in der Spitze während der Veranstaltungen in diesem Jahr haben wir an einem Tag 100.000 Einzelkonten aktiv im Spiel gehabt, was für ein Spiel in einem frühen Alpha-Zustand ziemlich beeindruckend ist. Wir sind auf dem besten Weg, in diesem Jahr über eine Million Einzelspieler zu haben. Singleplayer. Star Citizen verfügt bereits über die wichtigsten Game-Loops einer Weltraum-Simulation. Frachttransport, Rohstoffhandel, Söldner-Piraten-Gameplay, Kopfgeldjagd und Bergbau. Allein die Zeit, das alles zu verfeinern und zu vervollständigen, würde Star Citizen mit all seinen Details und seiner Treue fesselnder machen als jede fertige Weltraum-Simulation, die man heute spielen kann. Wir haben eine Vorschau auf das neue Roadmap-Format gezeigt, an dem wir gerade arbeiten. Ein Teil der Motivation, die Art und Weise zu ändern, wie wir die Aufgaben, an denen wir arbeiten und deren Fortschritt teilen, besteht darin, dass die Community einen besseren Einblick in die harten Entscheidungen hält, mit denen wir jeden Tag bei diesem Projekt konfrontiert sind. Und damit die Community sehen kann, woran genau jedes Team arbeitet, im Gegensatz zu den wenigen Aufgaben, die wir gerne teilen, weil wir glauben, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, sie dieses Quartal zu schaffen. Wenn wir eine vorrangige Entscheidung treffen und eine Aufgabe vorziehen oder hinzufügen, gibt es immer etwas, das zurückgeschoben werden muss, was aufgeschoben werden muss. Das neue Format, das die Aktivitäten unserer 58 Feature- und Content-Teams zeigt, die an Star Citizen und Squadron 42 arbeiten, wird in der Lage sein, aufzuzeigen, woran jedes Team arbeitet. Und wenn eine neue Initiative wie die Verbesserung des Frachttransports hinzukommt, dann werdet ihr diese Aufgabe sehen, die bei den Teams, die an dieser neuen Initiative, diesem neuen Feature arbeiten, zurückgestellt werden. Von den 58 Teams sind nur 11 ausschließlich für Squadron 42 und 12 für Star Citizen aktiv, während der Rest aller Teams an beiden Spielen arbeitet. Dingen wie Grafik, Engine, Schauspielerfahrzeuge, künstliche Intelligenz, visuelle Effekte, Sound und so weiter. Obwohl viele der Prioritäten für Dinge wie Schauspielerfahrzeug und KI von den Anforderungen durch Squadron 42 bestimmt werden. Die Umstellung des Formats der Roadmap war etwas, das ich von Anfang des Jahres an zu einer Priorität für uns gemacht habe, als klar war, dass das aktuelle Format der Roadmap nicht hilfreich war. Insbesondere da die Teams sich erst dann zu einem Feature-Release verpflichten wollten, wenn absolut sicher war, dass ihr Feature es schaffen würde, was sie normalerweise erst etwa sechs Wochen vor der Veröffentlichung wissen. Diese Scheu kommt daher, dass sie bei einem verschobenen Feature Ärger aus der Community bekommen, obwohl wir uns nach besten Kräften bemüht haben, dass jeder, der sich die aktuelle Roadmap ansieht, die Vorbehalte liest und anerkennt mit seinem Häkchen oder dem Akzeptiert-Button ergänze ich dazu, die ausdrücklich besagen, dass sich einige der Aufgaben wahrscheinlich verschieben werden. Da ich dieser ganzen Sache überdrüssig wurde, hielt ich es für das Beste, wenn die Community die gleiche Sichtweise wie ich und der Rest des leitenden Entwicklungsmanagements über Star Citizen und Squadron 42 erhält. Das wird die Leute nicht davon abhalten, mit unseren vorrangigen Anforderungen zur Einreichung von Vorschlägen oder der Frage, wie lange etwas dauert, nicht einverstanden zu sein. Aber es wird zumindest das Gesamtbild vermitteln und die Leute können jederzeit sehen, woran jeder gerade arbeitet und wie lange es voraussichtlich dauern wird. Ihr werdet sehen können, dass sich etwas ändert, wenn es sich für uns ändert. Und ihr werdet hoffentlich erkennen, wie viele Menschen wirklich hart daran arbeiten, Star Citizen zu einem Spiel wie kein anderes zu machen. Einer der Gründe, warum die neue Roadmap Zeit braucht, ist, dass wir ein System aufbauen, das all dies als Top-Level direkt aus unserer Jira-Datenbank visualisiert. Wir planen, eine ausführlichere Version der öffentlichen Roadmap für unsere interne Sprintplanung zu verwenden, sodass die Daten, die ihr seht, eine bereinigte Version dessen sein werden, was wir sehen. Aus offensichtlichen Gründen werden wir die Namen und Aufgaben der einzelnen Entwickler nicht öffentlich bekannt geben, aber intern werden wir das natürlich sehen. Ich spüre aus deiner Antwort an mich, dass es die Zeit und die Prioritäten sind, die dich frustrieren, da du das Gefühl hast, dass wir uns auf die falschen Dinge konzentrieren. Ich kann diesen Standpunkt nachvollziehen, aber du betrachtest das Ganze von außen, ohne genau zu wissen, was genau nötig ist und in welcher Reihenfolge es durchgeführt werden muss, um das Gameplay zu liefern, das Star Citizen besser macht als jedes andere Sci-Fi-Spiel. Dies ist das Spiel, von dem ich mein ganzes Leben lang geträumt habe. Jetzt, da ich in der Lage bin, es zu verwirklichen, bin ich nicht bereit, sein Potenzial zu kompromittieren, weil es länger dauert, als ich mir ursprünglich vorgestellt hatte. Worauf ich mich festlegen werde und was eine interne Priorität ist, das ist die Verbesserung des derzeitigen Gameplays und der Bedienqualität, da es Star Citizen in vielerlei Hinsicht bereits Spaß macht, auch wenn es fehleranfälliger und nicht so stabil ist, wie ich es mir wünschen würde. Und wenn man nur die Grundlagen abschließt und aufpoliert, wird es genauso gut oder besser sein als die meisten anderen Spiele. Ich kann versprechen, dass das von mir beschriebene Gameplay kein Hirngespinst ist und dass es auch nicht 10 bis 20 Jahre dauern wird, bis es funktioniert. Ich habe Systeme beschrieben, an denen wir arbeiten werden oder an denen wir zurzeit arbeiten. Wir haben sogar frühe Versionen davon gezeigt, wie zum Beispiel das Feuer im Inside Star Citizen. Ich kann nicht genau sagen, in welchem Quartal das kommen wird, aber sobald die Arbeit an der neuen Roadmap abgeschlossen ist, werdet ihr in der Lage sein, die Fortschritte der Teams bei der Erreichung der von mir beschriebenen Ziele in Echtzeit zu verfolgen. Ich danke dir für deine Unterstützung und deine Leidenschaft über die Jahre hinweg und ich hoffe, dass dieser zusätzliche Einblick hilfreich war. Ja, da hat dem Chris Roberts etwas sehr auf der Seele gebrannt. Das ist ja etwas, was, wie gesagt, ich auch angesprochen habe. Es hilft keinem. Konstruktive Kritik ist okay, aber das Hate und Flame und Fackeln und Mistgabeln, das hilft niemandem. Und auch der Clive Johnson hatte das schon im Reddit geschrieben, dass die Entwickler die Kritik lesen und das ist, wenn es dann so eine unkonstruktive, sehr negativ, emotional geprägte, tja, es ist ja dann keine Kritik mehr, es ist ja dann schon irgendwie so eine Hasspredigt oder ähnliches, nicht schön, dass das die Leute lesen bei CRG und dass es sie nicht motiviert und dass es im Zweifelsfall auch nichts bewirkt. Interessant finde ich, und das betonen sie ja auch immer wieder, dass sie wirklich, auch wenn sie nicht antworten, sich Inhalte durchlesen und intern bewerten und gucken, wie sie es mit einfließen lassen. Und das macht diese Entwicklung von Star Citizen und Squadron 42 auch aus, denke ich. Insgesamt, wow, ich bin echt geplättet, was wir dieses Wochenende an Informationen bekommen haben. Ich bin super dankbar dafür, dass Chris sich sicherlich auf Basis einer emotionalen Welle hat antreiben lassen, hier mal sich zu äußern, aber es ist vielleicht nicht unwichtig gewesen, dass er mal wieder Flagge zeigt und Position bezieht und sagt, hey, das ist mein Traum, den ich hier verwirkliche und den lasse ich nicht, wie er schreibt, kompromittieren durch irgendwelche Leute, die mich jetzt drängen oder die uns drängen und versuchen, mit negativer Kritik verunsichern zu lassen oder vielleicht in eine Richtung zu gehen, die sie gar nicht möchten. Auf jeden Fall klasse. Dankeschön und also Dankeschön an Chris. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt für eure Unterstützung auch an mich auf diesem Kanal, die vielen tollen Kommentare. Freue mich, dass euch die Übersetzungen gefallen. Und jetzt bin ich aber wirklich erst mal weg, wie in dem Käffchen gesagt. Und wir hören und sehen uns dann in Kürze wieder Ende des Monats, Anfang nächsten Monats. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.